Musik 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 Einen wunderschönen Freitag Einen Minecraft Freitag Einen Freitag Minecraft meinen Tag Guten Morgen Am Ende laden wir die Folge 20 Uhr hoch Du Stetschle hat Regis Oh Ihr seid halt weg Ich hab grad voll die Musik auf dem Ohren So, heute sind wir auf einem ganz anderen Server Nachdem wir ja letzte Woche Einen Server schon praktisch durchgespielt haben Wir haben ihn beendet, wir haben ihn fertig gespielt Jetzt ist er nicht mehr da Ja, der wurde jetzt abgesetzt Sorry Leute Und jetzt sind wir auf einem neuen Server MCPVP.com Und hier gibt es auch ganz viele schöne Sachen Wir haben schon mal reingeguckt Ich kann so viel durch den neuen Server Das stimmt, aber trotzdem schöne Sachen Es ist die Frage, womit fangen wir an, was wollen wir spielen Wir haben nicht so viel Zeit, muss man dazu sagen Oh Gott, wir müssen schnell machen Ja, ähm Was wir ja privat, sozusagen off-screen schon mal Wurde dann war das Maze Runner Ah, das ist gerade ein Bild Ähm Da ist aber schwierig in das selbe Team zu kommen Richtig In einem Team zu spielen Es dauert noch sehr lange Also wie wir das schon mal nicht jetzt Ja Spiel vielleicht will Na gut, da bleiben ja nur noch sieben andere Wie wärs denn mit Capture the Flag Das können wir mal probieren Oder? Warte mal, hier gab es doch irgendeinen Kniff Ja Irgendwie doch nicht Doch, du musst aufs Schild fliegen Ach was? Da standen noch acht Schildern in der Mitte Ach so, ah ok Hier musst du durchs Portal rein Und wo gehen wir hin? Durchs Portal Wow Wow Ah Äh Rot, Blau Was? Was? Hey, gehst du los oder? Was? Was war das jetzt? B3 Start in 55 Ja wo Was wie? B3 Oh mein Gott, wo wählt man das Team aus? Ich hab keine Ahnung Vielleicht muss man hier einfach reingehen CF Capture the Flag Admins Models How to play Na Ach so, how to play ist vielleicht auch nicht Warte mal, Mapinformation Es gibt zwei Spawns auf jeder Map Netherrack ist normalerweise rot Lapis ist für blau Das ist offen die pensenden Map Coal Or Prevent soldiers use of war Silverfish block Prevent a place Structure 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 Ja Ok Ähm Also wir haben ein blaues Team und rotes Team Das ist ja schon mal sehr schön Ja Steht hier was dazu? Na ja hier steht so die Spielanleitung Das muss ich sagen Also halt Ja Ausnahmssektur Die Fläche 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 Oh nein Oh nein Ich habe keine Ahnung wie wir das Team auswählen konnten Ich auch nicht Ich habe vor allem keine Ahnung Wir kämpfen mit Schwertern Das ist schon scheiße Ich würde mit dem Bogen scheißen Schöp 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 Der hat doch jemand Ein paar Leute haben hier einen Bogen Wow Was macht denn das Steak jetzt? Keil Ja es macht bestimmt noch mehr Oh der Lack ist ja wieder überragend Hä? Was? Achso Cheater Nimm mal Keine Ahnung Auf alle Fälle schwimmt er irgendwie durch die Wand Ja Ja ist es auch so Äh Schau einfach mal auf den drauf Cool dass ich keine Ahnung habe wo es lang geht Und so Aber es scheint schon los zu gehen Es scheint schon los zu gehen Ja Irgendwie unendlich leben kann das sein Eigene Boah alter Schießt mal mit üste Pfeile Was überlebten denn da so lange? Juhu Was ist das für eine kranke Map hier? Boah Spinnennetz Ist hier oben eine Frau an? Ne Oh doch jetzt noch eine Frau Oh Kriegen die jetzt? Puh Das hat mir das Roll2Play nicht verraten Ups Habe ich eine Frage bekommen Wow Ich bin gerade irgendwo hin teleportiert worden und ich weiß nicht wohin Und die Musik ist übertrieben laut So Entschuldigung Das ist für die Post-Production jetzt bestimmt das totale Chaos Dass ich mitten in der Aufnahme das geändert habe Au Hier gibt es ja Fallschauen Ist ja ein Ding Ich kriege ich jetzt Hä Wie kriegst du in die Flagge? Das ist nicht die Flagge Na Hä Wo kriegst du die dann? Ich störe wenn es Nein Alter Na vor allem stehen die Leute einfach drum Ne der Typ da am Wasser Nein Der Typ der einfach im Wasser steht Wenn nichts macht Auch cool Verdammt Als können wir ja gar keine Jams mehr sammeln Ne Und tot Aber du bist tot Schade Gerade platt machen Ja wo ist die Nein Ne Dr. Who Ah Au Alter Ich hätte es im liebsten zombies wissen das Krass Ä Ja So Jetzt werde ich aber immer noch nicht wie die Flagge bekommen Es wäre ganz nett wenn du mir das verhältst Auch wenn du nicht Aber keine ahnung Ich bin gerade Naja Ich hab gerade noch beschossen Aber irgendwie steht es 1 1 statt 3 3 Wie Ne er hat einfach mal 20.000 pfeile im kopf er hat mich eingefrostet es gibt offenbar so eine art magier die können ich bin etwas verwirrt was sicher alles was ja alles muss auf alle fälle hoch ich habe ich einen wuppel effekt ja übelkeit 200 also ich bin jetzt oben bei so einer flagge ja da war schon so und da könnte ich die nicht mit mir weiter unten aber keine ahnung vielleicht bin ich aber irgendwie uns reichen die frage ist halt capture the flag das ist doch hier die flagge das ist ein schwamm wieso kann der eine da hoch und ich mich hier mal weiter gewinnen so und wo bin ich hier überhaupt haben wir welche spielen ich weiß nicht aber es geht in herr alter ich weiß es auch nur hier ist so ein keller ich bin nicht gestorben der hat mich erledigt ich bin runtergefallen offenbar kann man über diese schwemme ich glaube man muss hier und über die schwemme ja über die schwemme kann man springen jetzt noch wüsste durch diese flagge abholen können also ich glaube es gibt hier einen keller wo also ja mit schwemme kann man springen recht sie mir mal gesagt es ist so krasser effekt oder was bin ich koste doch es war schon krass älter ich habe ja keine ahnung wo ich jetzt ich hoffe mal dass die anstrengende scheint nicht zu stimmen wie ich denke also da ist nur ihr sporn aber das born ist ja nichts eigentlich und da bin ich tot zwei schüsse von dem archer von den bogenschützen haben schon ausgereicht eine andere frage gibt es etwas neues mal über was wir reden können ich meine wir sind schon vorbei steht sonst irgendwas an die dritte liga hatte angefangen aber das war es dann auch schon das wird die wenigsten wahrscheinlich interessieren wobei es gibt schon also fußballfans ist ja eigentlich gibt es ja wie sander mehr ansonsten irgendwelche anderen sportlichen ereignisse wieso verschwindet denn einfach so warum kann ich ihn nicht töten äh keine ahnung der hat mich mit einem schlag erledigt assassin was machen die denn mich mit einem schlag töten oder was ich möchte mich dann mit zwei in anlegen so hast du irgendeine ahnung was du hier machen kann ich machen soll es schon wieder erledigt von dem esser sinn also ich bin jetzt im keller von den roten und da erscheint irgendwas mein gott was mache ich denn ich bin gestorben und hier steht nur es ist eine absolut geniale folge wir spielen hier irgendwas töten irgendwelche leute wissen selber wenn ich ja da ist irgendwas runtergefallen ja ich weiß nicht ja ja wie gesagt ich bin im keller von den roten hier und da scheinen ganz schön heiß herzugehen ich würde es mir ja wenigstens mal angucken wollen hier bei euch ach haben wir die okay capture the flag oder capture the flag können in zukunft ja mit 18 etwas cooler werden wenn es dann wirklich flaggen gibt also eine banner im sinne die sind jetzt was mir fällt es nicht ja du wolltest über ein aktuelles thema reden warum kann er schieten so in alle irgendwie schieten du wolltest du mein aktuelles thema reden ja ja das ist aktuell weil es erst relativ neu ist ja dann kannst du dann verschiedene muster sozusagen zusammenstellen und hier ist die flagge ja da wollte ich die ganze zeit nun können ja genau und das dann halt als ein banner verwenden das ist denke ich besser geeignet als ein stock mit einem schild dort also sowohl warst du weil offensichtlich und so ansthaft hat er mich echt aus der map hatte ich wollte so lange da unten in dem ding mit karl 1 kommt wir haben schon einfach sie können die alle so hoch springen ja dann noch mit pfeilen schießen das ist dumm ich springe immer sonst wohin und können mit pfeilen schießen alter alter ach so alles klar tja das fehlt mir in minecraft echt so eine anzeige von wo der schaden kommt den mann kommt das ist ja im rand zu eine rote linie oder so das ist was ich meine die man bei anderen spielen hat ja aber beim minecraft gibt es sowieso noch einiges an potenzial warum ist keiner bei euch auf der seite niemand von meinen leuten ist bei euch ja die hängen jetzt alle bei euch im keller aber das doch bescheuert ja gerade eben ging keiner im keller ab da ging es ganz schön rund mit blauen dort also wir sind die freunde da muss ein schön bisschen ja nicht aus der map helfer machen ja ganz schön dicht auch macht der hin die was steht einmal einer auch immer im bereich ich weiß gar nicht wie lange wir schon spielen ich habe keine ahnung ist es irgendwie immer noch von hin und her acht minuten noch wie lange waren die insgesamt ne Zeit 20 Minuten mit 20 Minuten 22 Minuten 2 Minuten 20 Minuten wie wir nur 20 Minuten haben um die Welt zu schnauung was war das jetzt was kann denn ja noch alles da kann dich in Eis verwandeln er kann mit donnerblitzen auf mich schleudern er kann nicht verbrennen da kann er mich weg die Repräsentation für Sieg die Stadt die ich weiß dass ich kann mit meinem Schwerth und er kann ich nicht ich würde ja ein Tipp geben an die Werte du kannst Nennergasse im Spruch mit Spornbereich der Findestritte wie deine Klasse wo auch schon in der compassion Folgen nun wir sind im Krieg aber wir haben immer Zeit für ein Tutorial dies klasse so Friedrich 1 heavy archer soldier medic für ihn würde ich glasen müssen denn sie pvp.com gleich stehen hier die selecte klasse du knesselspringen das name muss das auch in so eine eckige Klammer nö ja dann mache ich jetzt mal einen auf Archer die helft selektet der Archer feiern ach schau du na gut dann machen wir das mal da wollen wir das mal ausprobieren ja so müsste es sein mit dem Pfeil und dem Bogen und dem langen Schwert mit der langen Klinge dringe ich ein in die Körper meiner äh ja von wo von wo boah das nervt übelst du ich kann dir da nicht helfen wie soll ich sagen ja ja meinst du ein Kost Alter willst du mich veräppeln ich schieß 5000 Pfeil auf die ich treffe jedes mal das macht immer wieder ding 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 du stirbt jemand nö ja deine geile Reichweite mohahahahaha mohahahahaha hab ich ihn ausgetrickst schul äh ob ich den nächsten erricht ob hier das wasser geht zum hirn Alter was was für ein lag pfuh noch sechs minuten ne und niemand liegt rum ach so das sind ja wahrscheinlich solche heavy typ die so viel an Schaden halten aushalten können das kann sein das kann sein boah charles archer da macht merke keiner was vor ja sehr spannend das zählt immer noch 1 zu 1 und ich habe ihn immer noch nicht fast gefunden wie man hier spielen kann das ist doch sehr geil äh was na was du gerade gesagt hast ach so ja dr who den hab er war vor uns schon mal nach ja ist ja gut mensch meine herren äh äh ich habe mal den kill doch ich habe den kill gekriegt äh das ist hier oben ich bin immer da die oben also ja doch ich glaube schon ja über der mitte schwebt nämlich etwas der spawnbereich wo man am Anfang spawn ist wenn man das regeln durchgeführt haben da habe ich ja schon wieder erledigt wieso trifft mich denn diese art schon mit seinem bogen mit einem one 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 haben wir gewonnen hey wir haben gewonnen wiii das war ja super spannend im Moment was mir jetzt noch wundert das war da jetzt nicht da ist er jetzt nicht die Zeit abgelaufen na ja jetzt schon so ja das vor uns hat es noch 6 minuten ich weiß keine die Zeit ist also nicht abgelaufen irgendwie ist das seltsam ach so vielleicht gibt es noch drei Flaggen die bei schnick schnack schnuck das könnte auch sein ja da gibt es auch noch drei Flaggen bei schnick schnuck ok war ja ein super Spiel wir haben sofort durchgeblickt was wir machen müssen voll planlos aber egal manchmal muss man halt auch einfach mal Spaß haben und Spaß haben wir ja Spaß mit jeder Menge Glas und Spaß und Terrasse und ach keine Ahnung wow und über deinem Kopf steht Headshot Zufall und dann dein ganzer Kopf blutig das ist ein Zeichen das ist eine kleine geheime Botschaft ja ich finde es ganz lustig beim nächsten Mal spielen wir vielleicht was anderes weil irgendwie so hm vielleicht spielen wir was anderes wahrscheinlich spielen wir natürlich genau das wieder sagen wir nicht Bacon Brawn müssen wir noch spielen ich weiß gar nicht wie wir das hinkriegen entweder wir schneiden wir könnten es zusammen schnippeln so Best of Bacon Brawn B-B-B-Break egal wir müssen hier Feierabend machen sonst überlastet meine Festplatte die haut es aus allen Decken Dankeschön fürs Zuschauen ich wünsche euch ein schönes Wochenende was machst du am Wochenende? oh mach schön chill wenn es weiter schön wird gehst du ins Freibad wirst du grillen steh da was an vielleicht vielleicht klingt ja ganz gut ne hast du nicht mal diese Ideen am Samstag muss ich erstmal arbeiten das ist leider so krass aber es macht Spaß nun gut danke vielmals euch noch einen schönen Freitagabend oder einen Freitagmorgen oder einen Freitagmittag je nachdem wann die Folge rauskommt und bis dahin bis zum nächsten Minecraft Freitag mit GigaGrivy und MLS Dankeschön Ciao MLS